Das Landhotel Felchow mit seinem Betreiber Harro Slüter erhält als erster Unternehmer aus den neuen Ortsteilen der Stadt Schwedt die kommunale Marketingförderung. Mit den 1.500 Euro möchte der Hotelbetreiber seine Internetpräsenz aufwerten. Noch bis 30. November dieses Jahres können Unternehmen, die besonders von der Pandemie betroffen sind, einen Zuschuss bis maximal 1.500 Euro beantragen. Über 100 Anträge sind bislang bei der Stadt eingegangen und mehr als die Hälfte der insgesamt 100.000 Euro sind bereits ausgezahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017